18. Oktober 1962 Meine Tochter, du meinst, die Leiden, die ich dir in den vergangenen Tagen schickte, wären reichlich viel. Ich bitte dich, übertreibe nicht. Ertrage sie nicht nur für deine Familie, sondern für alle Familien im ganzen Lande. Wutschnaubend, wie geldt nämlich Satan die Familien auf. Leiden wir gemeinsam. Ich leide mit dir, und du leidest mit mir. Ich liebe dich sehr und lasse dich nicht ohne leiden. Umarme auch du mich. Liebe nur mich. Ich, diene mir treu und wundere dich nicht, wenn meine Liebe immer nur in Leiden zum Ausdruck kommt. Meine Tochter, die überströmende Liebe meines Herzens würdigt dich zu leiden. Nur so kannst du viele Seelen retten. Du bist eine Mutter und kennst die Art und Weise der Zerstreuung in den Familien. Wirf dich dafür in den Schmelztiegel der Leiden. Wie viele Sünden häufen sich gegen mich auf, wenn die Familien zerstreut sind. Sühne und Leide für sie. Versäume nicht, versäume nicht die kleine Gelegenheit dazu. Die Gedanken unseres Geistes seien eins. Betrachte klar den Wert deiner Leiden. Überlege, wie nur wenige mit mir sammeln. Weißt du, warum? Es gibt nur wenig opferbereite Seelen, vor allem wenig beharrliche. Ohne dies aber können sie sich für das Ausströmen meiner Gnaden nicht verdienstlich machen. Während er so sprach, nahm ich mein bescheidenes Mittagessen ein. Am Donnerstag und Freitag faste ich nämlich bei Brot und Wasser, so wie der Herr es von mir erbeten hat, und opfere es auf für die zwölf Priesterseelen und zu Sühne. Da setzte sich der Herr Jesus im Geiste neben mich und redete weiter. Wie wohl mir das tut! Ich habe ohnehin selten Anteil an einem solch innigen Mahl. Es gibt wenige opferbereite Seelen, die meine Wünsche im Auge behalten. Während wir das Brot aßen, war meine Seele von seinem innersten Mitempfinden durchdrungen. Dann hauchte er seine gnadenvolle Worte. Unser innerstes Empfinden gemeinsam, denn dann werden auch unsere Hände gemeinsam sammeln. Als wir unser Brot verzehrten, beschäftigten wir uns gegenseitig mit den Gedanken des Anderen. Darauf er Was würde ich dir nicht geben? Bitte, bitte nur! Deine bescheidene Mahlzeit belohne ich mit reichlichen Gnaden. Das Überströmen der Gnade meines Herzens schenke ich denen, die meine hilfesuchende Hände ergreifen. Im begeisterten Ton sprach er dies zu mir. Jetzt erfülle ich dein Herz mit dem majestätischen Empfinden meiner Gottheit. Sammeln wir so viel wie möglich. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Kl Dualmetter